Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GEOGZW. Freunde, danke, dass ihr wiederum eingeschaltet habt. Heute eine extrem krasse Neuigkeit. Samra wird einen Song rausballern mit Mero. Wir schnacken nicht lange rum und ab mit dem Video. Freunde, Samra, ein umstritten, unglaublich erfolgreicher Rapper im deutschsprachigen Raum. Seine Songs sind legendär gut und das, was ihn auch ausmacht, dass er extrem viele Songs ballert und das auch kontinuierlich aktiv. Das ist extremst gut. Jetzt hat er es geschafft, mit Mero einen Song zu ballern, der nächste Woche anscheinend online kommen soll. Viele wissen es nicht, deshalb habe ich auch dieses Video für euch gemacht. Ich habe auch die Schnittstelle für euch, also die Story, die mal Samra hochgeladen hat. Also schnacken wir nicht lange rum und schauen uns gemeinsam die Story von Samra an. Du hast gedacht, ihr werdet jetzt alle überrascht sein. Drei, zwei, die Nummer eins, Habibi. Jetzt geht es richtig los. Gibt euch nächste Woche kommt eine brutale Single, Mero, Samra. Was sagt ihr dazu, Freunde? Wer ist mega gespannt auf den Song? Ich glaube, das wird einer der krassesten Songs werden, weil die beiden passen sehr gut zusammen. Beide sind sehr orientalisch, was in meinen Augen auch sehr gut matchen wird. Wenn ihr gespannt darauf seid, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen für Neuigkeiten und das war's. Bis zum nächsten Mal und peace out. Bis zum nächsten Mal.